So Leute, es geht weiter hier mit Let's Play Slipping Dogs. Es geht ja auch weiter hier mit der Polizei. Mit dem Polizisten wir den Anweisen. Wir sind ja immer auf dieser, wo die Kartuschka, wo Kartuschka hin ist, das wissen wir auch nicht. Die müssen wir jetzt wieder mal finden. Und ich hoffe auch, dass wir sie vielleicht verfinden, ich weiß nicht, wie weit das mal ist. Na gut, wir wollen die ja jetzt ja mit diesem Mädchen da, dass wir dann zu uns, dass das Mädchen uns hilft. Ich glaube das ja natürlich cool. Aber auch sehr gut, dass wir mittlerweile sehr, sehr viele Statuen haben. Weil es fehlen auch bei dieser Kampfschule nicht mehr viele Statuen. Vielleicht kriegen jetzt auch noch alle voll. Weil das wäre natürlich, ich würde es feiern. Ich bin wieder voll oder was? Also was? Ich würde hier fahren. Hi. Gäste es. Wollte ja nicht auch mal überrollt werden, oder? Leben am Limit-Seiter, oder? Ah Gott. Ja gut, bei mir auf der Autobahn ist es immer ein bisschen, äh, kompliz... Ja, immer ein bisschen gefährlich, wie ich fahre. Aber... Ich fahre doch eigentlich relativ sicher. Relativ. Oh. Kann sich doch nicht beschweren, ne? Ich fahre ein bisschen anders als andere Menschen, aber doch eigentlich ganz in Ordnung. Ich fahre ein bisschen anders als andere Menschen, aber ich fahre ein bisschen anders als andere Menschen, aber ich fahre ein bisschen anders als andere Menschen. Oh, ich hab mir die falsche Ausgabe genommen. Nein. 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 Oh, nee. Toll. Ja, geil. Ja, geil. Oh, fuck. Auto, ich brauche, Auto. Aber gibt's ja irgendwas Vernünftiges? Ist doch vernünftig. Also, das ist ein nettes Auto, danke. Ach, Alter, und die Schnauze brauchst du doch sowieso nicht. Hast du die Mami geschrien? Ja. Okay, mach mal. So. Der Fantasie ist feiert zur Polizei. Machen wir trotzdem weiter. Ich bin nicht gedacht, dass das der Fall... Sonst haben wir übelst, dass es übelst, äh, der Fall uns übelst, äh, der Fall uns übelst Anspruch nimmt, gibt. Zack. Dämmen sich... In der Nähe des Dorfes mit... I... I... Watt? Iliana. Ob Gottes Willen. Hi. Ja. Ich werde jetzt ein Tracking-Device auf dir legen. Ich sollte dich aufhören, woher du gehst. Okay. Bist du nervös? Ein bisschen. Schau, ich werde dir den ganzen Weg hinter dir sein. Danke, Wei. Ich habe wirklich gefreut, die Hilfe. Ich weiß, dass Ketushka auch. Keiner sonst da schaut nach wie uns aus. Es ist gut, dass wir dich auf unserer Seite haben. Hm. Ah, Hallöchen, na? Hier, Wettschulden. Eingelöst, würde ich sagen. Wettschulden, die Ehrenschulden. Das ist dein Freund? Ja. Ich habe sie gesagt, dass du sie helfen kannst. Das Problem der Immigration. Oh, ja. Wir werden das. Komm schon, Frau. Komm schon, Frau. Komm schon. Okay. Und bitte auch nicht zählen mit zu. Und ich bin nicht nochmal hier mit. In einem komischen Minispiel. Bitte. Oh. Alter. Oh. Oh. Muss ich jetzt Motorrad fahren. Oh Gott. Und auch noch Zeit. Das ist genau eine Mission für mich. Ich spiele die Skanda nicht mit die Hölle. Oh. Okay. Achso. Ich muss die Assos und Checkpoint rennen. Okay. Ja. Aber das kann ich nochmal machen. Hoffentlich. Ja. What the? Wie sind die Schipons denn gesetzt? Wie lang. Ja. Sag schon. Darauf achte ich jetzt auch. Motorrad. Oh Gott. Oh Gott. Oh fuck. Durch. er sich warten bis du durch bist oh gott zum glück so ein boot da ist ein boot ja dann den boot klauen okay ich versuche ein neues oh ne nicht wieder zur letzten position ich ahne wieder böses und die nein okay und die liana ach du scheiß sind sie alle nein ich will die waffe nehmen nein runter 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 deckung ich will die knarre nehmen ich will die knarre nehmen oder was sonst was was ich weiß du ja toll die gegner nicht rauskommen ernsthaft das ist alles so blöd wenn man das spiel nicht vernünftig programmiert wurde dass man da nicht wird nämlich eigentlich von alleine rauskommen aber nein die spüren auch fehlen ernsthaft die kommen nicht raubt da da Oh, wow. Fall abgeschlossen, Endführer. Achso, wir haben jetzt alle, ähm, alle Polizeifälle abgeschlossen. Das ist aber schade. Äh, ja, wie mehr das hier? Mein Polizeikofferraumdüssel ist zwar auch ganz nett, aber... Wo? Hier fährt man einfach so viel. Eins, zwei, drei. Vier Sachen noch. In Nahkampf-Upgrades fehlen nur noch drei Sachen. Hier fehlen wir noch, uh. Na, das wäre auch relativ gut. Okay. Ja, also, da sind wir nun fertig mit. Ach, das ist ja krass. Ja, schnell. Oh. Na gut. Jetzt dann in der Apotheke geben, wohl ja, ne? Da, fahren wir zu dem Füßen. Wir fahren immer. In der Apotheke hier. Okay. Okay. Okay, ich spawne jetzt kein Auto mehr. Doch, dann spawne das oder was. Drei Mal die gleiche Scheiße, aber gut. Halbe Brutto als Auto? Ne, als Maul. Oh, ich spawne jetzt ein Lymphstieg ist hier im Laden. Ernsthaft? Ey, das ist doch was ein Lymphstieg ist. Ne, ich reine nicht mehr reinfahren. Ne, als Maul, ich will deins haben. Prost. Ist ein Polizist, wir dürfen das. Tschüss. Ähm, ja, jetzt war ein vernünftiges auch. Damit will man noch fahren. Oh, jetzt auch hier sind irgendwie der Scheiß. Das ist doch so was Gutes. Passt doch gerade. Wir fahren noch in der Apotheke und dann machen wir den nächsten bisschen. Fangen wir Pesh. Mit Pesh. Wir werden heute die Folge mit Pesh. So. Na gut, bis wir natürlich da sind. Schön, dass hier keiner fährt, dann können wir das ja ganz schönes, ein schönes Stück, äh, mit schönen Verkehr umfahren. Oh, es wird jetzt ausfahren. Okay, hier. Ja, gut, wie fährst du dann? Aberdeen sind wir jetzt, okay. Scheiße. Hier lang, hier lang. Scheiße. Arschloch. Gut, aber jetzt sind schon alle Fälle abgeschlossen, dann ist es krass. Also, das ist, ähm... Krass, also das ist schon cool, aber okay. Alter, wie viel... Wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt zwei... Wir müssen jetzt zwei Verbindungslinien hier. Krass. Ich weiß nicht, das sind immer so Verbindungen. Die Map ist ja relativ, äh, überschaubar gebaut worden, was ja auch cool ist. Okay. Ich weiß nicht, ob... Ob sie sich ja ins richtige Hongkong gehalten haben, oder sich da eher so hingelegt haben, wie sie... Wie sie meinen. Weiß ich nicht, ob sie im richtigen Hongkong... Da auszuabgehen, äh... Oder, ähm, ob sie sich hier, äh, an der bei der Architektur ins richtige... Oh, achso, okay. Da war jetzt... Ach komm, wir gehen zur Apotheke. Dann gehen wir jetzt zur Apotheke. Okay, ich kriege einen Kreuer-Tee. Eine Pharmazie-Ausbildung für Kreuer-Tee, oder... Entschuldigung. Nicht Ausbildung. Ne. Studium, ja. Ein Spitzentee sogar. Die Götter beobachten, wenn ich auch bedenne möchte. Aber wenn die Götter mich beobachten, dann... Dann komm ich in die Hölle. Mmmmm... Gut. Ich glaube, jetzt, was wir machen, ob das... Ob das die Götter toll finden würden. What? Pech! Mal gucken, was passiert. Ah, Wei. Funying, Funying, Funying. Gernst du, dass du mit uns zusammengehst. Wollt ihr ein bisschen Tee? Ich mag... Danke. Danke. Tu Jinsaos scheint sehr zufrieden in seine neue Position als Teeu-Teeu-Teeu-Teeu-Teeu-Teeu-Teeu-Teeu. Sehr zufrieden. Ich höre, dass er bereits zufrieden hat, um es zu verhalten, ob er nicht aufgerufen wird. Big Smiley wird ihn töten, bevor er das passiert. Indeed, and that would allow Li to take over the San Anyi himself. What? That can't happen. No, it cannot. Tu Jin must go, but he must not be removed by force. He must step down on his own, after which there will be an election. Why would he step down? Tu Jin likes heroin. So far, he has managed to control his habit, but anyone who indulges as he does, lives permanently on the brink of an abyss. Now, I've arranged for the quality of his supply to improve, and now you will give him a nudge over the edge. Okay, how? He's an immensely superstitious man, ho mai sun ga, obsessed with feng shui. He cannot bear to have the slightest thing out of place for fear of the misfortune it will bring. And you want me to... Make sure his luck turns bad. Very bad. I like your style. I will. Hey, what's your problem, kid? Mrs. Jane want you to talk to me. Hey, you broken nose, this guy? He told me to tag along. Give you feng shui advice. Feng shui! I'm out of people living fire. Feng shui is huge in Hong Kong. You believe that? Yeah. Hey, Link, I am trying not to wreck the Kong too much, okay? I don't want to steal a new one. I want to make sure nobody I killed can hurt me. You know what I mean? So. Here are we again. Goodbye, Mr. Chow. Have a nice day. Uh, okay. Uh, okay. Ja, ich will. Find a way in. Come on. Okay. Wait. You think we can get over the war at the neighbors? Yeah, hello? Who's this? We got a delivery for you? Really? My husband didn't tell me. He better not have ordered something stupid from the internet again. You got all kinds of skills, don't you kid? Reminds me of myself when I was your age. Less salty. I bet you're smarter. But probably not as tough. Oh, I pulled a muscle there. I didn't even know I had a muscle there. It's like hell. Maybe I'll get a massage after this. Hey. Don't be creepy. What? You never heard of a grand massage? Like a real one, not a sex one. Happens all the time. Just as any professional athlete. So, uh... How's business? To be honest... Pretty damn shitty. Really? What happened? Taking a break from the import-export gig. How come? Something went wrong. I don't really want to talk about it. Alright. Suit yourself. What the hell do you think you're doing? The boss's dog got out. We don't find it before he comes back. And heads will roll. Oh shit. I haven't seen it. We have to go back. We didn't even have a check. We're going to go back. Da have to melt. Oh... Ehh... Ah, here come you're the one. We're going to come back. We're going back. They're not going back. Here you are. alter weiter wirst du ernst erfährt ganz toll wenn ich halt so auch echt toll gemacht mhm was du denkst du machst? was du denkst du bist? wir finden ihn nicht bevor er wieder zurück und die Hände werden oh shit, ich habe nicht gesehen wie ist das? ehrlich zu sein? richtig verdammt verdammt wirklich? was passiert? ich habe eine Pause von der Import-Export-GIG wie? was passiert? ja, etwas ging falsch, ich will nicht wirklich darüber reden ok, sich selbst wie wir durch das Garten warte hier, ich öffne das Garten für mich warte hier, ich öffne das Garten für mich warte hier, du sagst mir doch hier öffne das Garten für mich ok, komm du bist sehr sehr talentig was? ich sagte du bist sehr talentig oh, ok, sicher, du auch, Salty du bist total talentig hey du willst mich die Tür runter? zack 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 wir sind äh, ja ist gut du bist du bist ich wahren ich sehe in du bist ich du 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 We're fucking wood and stuff to make it seem like there's ghosts that don't like him. What about those faces? Good idea. Maybe just leave four. Four is an unlucky number because the way it seems like there's ghosts that don't like him. I know four is bad, but shouldn't we try something else? We're some pretty unoriginal ghosts. Okay. Oh, that's this. Okay, let's keep going. Ah, I love this one now. Try it, sir. Sehr schön. See that clock? Set the time. Four forty four and I'm broken. Freak a wild. Four forty four. Yeah, this could work. Oh yeah. His phone say is fucked now. Turn the piano so faces the wrong way. I help but I put my friend climbing over the wall. I love my crutches and what it used to me. Ah. Okay, dann drehen wir das einmal. Ah, Gautila. I think we're done here. O2-Chin's gonna freak. Easy. Somebody come and we better go. Mr. Chao, is that you? Anybody in there? What are we doing? Just hide. Stay calm. Okay. But interesting mission, so jemanden zum Abtreten zu zwingen. Did they leave the gate open when they left? Anybody in there? Hey, is everything okay there? Looks like Mr. Chao, we got the closest gate again. I'm gonna get something to eat. You want anything? You ordering food from the golden coin soon? I'll be right down. They're gone. Come on. Gage here. Two-Chin loses money fast. We better hurry up. Ay-ya, deal. No, there's a camera. Looks like we're on camera. Oh, God, Tana. I hate how everyone got security cameras everywhere. Don't worry. I'll take care of it. God. Klein problem. Das kriege ich schon hin. So, uh, why do they call you old salty crab? Uh, well, that was this restaurant guy who owe me money. Couldn't pay. He told me I could eat for free of this restaurant until he paid. That way, I wouldn't cut off his hand like I normally would. So, crab was the most expensive thing on the menu. I had that hair-re-knife for about a year. He said, Nina. So they used to call me salty crab after that. Then I... Oh, shit. I think he's home. Get down. Oh, yeah. Der wird sich jetzt wundern. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, wow. Yeah. Those cards. What have been rigged? I never had a game like that before. Never. What Tom, Lord? We see. Oh, cover. Why? Why did you stop me? It's your job to protect me. Isn't it? Fucken, rodents. All of you. Ich kann kaum noch mal richtig laufen. Warte, 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 lass uns den Geistwagen nehmen! Nice. Ah damn, ich wollte mir immer einen dieser. Einen dieser? Wirklich? Ah ja, okay, eine gute Idee. Du bist ein wunderschöner Typ, ein salter Typ. Danke, das bedeutet viel zu mir. Warte, wir haben den Feld abgebogen, kann das sein? Auf jeden Fall noch. Jo, bis später. Das ist du. Und jetzt ist es du. Und jetzt ist es du. Wei. Frau Chang, wie geht's dir? Herr Po. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Wir machen ein Verzweinungen für die Geistwagen. Das könnte sich... ...unschuldig. Ich werde in Kontakt. Er ist tot. Natürlich. Alles was du brauchst. Interessenskonflikte. Hier hatten wir noch Tank, Spielzeug. Jetzt haben wir wieder ein paar neue Nebenmissionen. Kein Stress. Okay, dann würde ich sagen, wir jetzt hier einen kleinen Cut setzen und beim nächsten Mal weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Pirates. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.